Ich will unbedingt dieses Rennen. Ich versuch's noch einmal. Ich weiß, es ist... Ja. Ich versuch's noch einmal. Okay, diesmal haben wir Silber. Okay, wir werden besser, wir werden besser. Ja, toll. Okay. 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 Hey! Genau unter mir und ich, ja ich bin so gut, ich... Nun. Ach komm, das ist ne Blamage, ne wir lassen es, komm, ist mir jetzt egal, ich werde das später wie gesagt mit einem anderen Schiff versuchen, weil das ist absolut... ... 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 Okay Franzis in Leia. Hä? Okay gut, dann nicht. Warte. Ich habe alle Türen außer dem seitlichen Eingang im Obergeschoss zum Besprechungsraum verschlossen. Alle sollten jetzt da sein. Gute Arbeit. Das letzte was wir brauchen ist jemand der einen dramatischen Auftritt hinlegt und sich freiwillig für eine gefährliche Mission meldet, obwohl er den Großteil der Besprechung verpasst hat. Ja wirklich ne? Schlimm sowas. Kommst rein, sagst ich werde mich, melde mich freiwillig und keiner weiß warum. Ich habe einen Reparaturauftrag zur Wartung durchgegeben, um diese Tür zu reparieren. Aber die Wartungsdroiden sind alle auf der anderen Seite. Also ja, ein echtes Rätsel. Hm. Ich habe einen Reparaturauftrag. Ja ist ja gut. Okay. Okay. Hey. Bist du unterwegs zur Besprechung? Oh, noch nicht. Ich warte bis das ganze gefährliche Zeug vom Tisch ist. Diesmal besorge ich mir eine schön einfache Aufgabe. Aha. Du willst es dir einfach machen. Ich verpetze dich ganz einfach. Wart jetzt zur Besprechung? Nur zu. Dankeschön. Ja komm, wir gehen zur Besprechung. Zurück zur Flotte. Obwohl die Waffensysteme dieses Todessterns noch nicht einsatzbereit sind, wird er von einem Energieschild geschätzt, welcher vom nahegelegenen Waldmund Endor aus aktiviert wird. General Carisian hat freiwillig das Kommando für diesen Einsatz übernommen. Viel Glück. Wir können den Todesstern jedoch erst angreifen, wenn der Schild deaktiviert ist. Mein Team ist bereit. Ich mach auch mit. Sehr schön. Wie sollen wir nach Endor kommen, ohne dass das Imperium uns bemerkt? Es gibt einige imperiale Frachtschiffe im Hangar, die wir uns geliehen haben. Damit schleichen wir uns runter. Ja. Verstanden. Dann los. Mhm. Auf geht's. Leia Evok Dorf. Jetzt schon. Wir schalten die jetzt schon frei. Auch wenn wir dort noch nicht gewesen sind. Aber okay. Gut. Wenn das Spiel sagt, so soll es sein, dann ja. Äh. Dann. So. Auf geht's. So. So. Okay. Bye. das ist ganz wichtig da wir jetzt ein anderes schiff haben können wir theoretisch noch mal versuchen auch wenn es nichts bringen wird es ist es 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 also weil mit der geschwindigkeit zu fliegen ist schon keine leichte aufgabe so endo gelendor gelendor endo ok und ich kümmern uns darum ihr wartet hier auch juhu nicht weitergeben dass wir hier sind da geben wir ihnen noch keine gelegenheit noch mal toll ja nein ok ach wir haben jetzt schon eins von schön cool also man sieht schon durch dieses multiplikator zeug kriegen wir sehr schnell die wahre jedi Sachen voll wir träumchen ist das ja sonst hatte ich wahre jedi ja pass auf noch mehr troppler ja pass auf noch mehr troppler hä oh nein wir wurden umgefahren finde ich nicht gut war das nicht mit am ja jetzt setzen wir noch einen auf hin ja jetzt setzen wir noch einen auf da ja nein ich will noch schnell die große haben da oben nein ja nein jetzt so sehr gut wunderbar okay okay key called sehr schön schade okay dann würde ich sagen verfolgungsjagd aufsetzen jawohl und los irgendwelche tipps die man in diese dinger fährt ja nichts los oh Gott oh nein okay einfach gegen die bäume fliegen oder was oh und wunderbar wir werden erledigt noch fünf aber wir haben 1 von 5 ok also 2 von 5 aber wo? woran erkenn ich die? hoppala sehr gut mach 4 ja 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 Also ich weiß jetzt nicht, wie ich die Teile erkenne. Ich schieße einfach drauf los und gucke was passiert. Hoffentlich sind die Dinger versichert. Aber die Bäume sind schon irgendwie, ich weiß nicht. Ah cool. Vielleicht hätten wir uns lieber einen von denen schnappen sollen. Hm. Hätte, hätte. Oh wow. Nice. Oh nein. Uwe. Um. Okay. Um. Ja. Das war klar. Was denn jetzt da? Let's stay. Hä? Nein! Okay. Hä? Jetzt bin ich gerade ein bisschen... Ist das jetzt kaputt? Ich kann nicht wechseln, okay. Ähm... Wozu... Ich verstehe gerade nichts mehr. Okay, vielleicht ist das gut, weil da können wir theoretisch sammeln. Aber irgendwie... Irgendwie ist das alles gerade nicht wirklich... So wie ich es sein soll. Okay. 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 Ich glaube, es ist irgendwie gerade nicht wirklich gut. ich versuche das jetzt schamlos auszulösen und vielleicht noch irgendwas zu bekommen aber ich glaube ja das war's ne neustart gut ok da würde ich sagen mache ich ab hier ne kleine aufnahme pause und wir sehen uns dann in der nächsten folge wieder wenn ich hoffentlich das hier hinbekomme dass das dementsprechend wieder ordentlich läuft wobei den weg hatten wir noch nicht ich will noch mal kurz den weg alles irgendwie nicht so gut aus ok gut dann würde ich sagen wir sehen uns dann in der nächsten folge wieder genau an dieser stelle oder auch an anderen stelle mal gucken und ja gut so ja und bis dahin erstmal tschüss irgendwelche tipps wie man diese dinger fährt ja und damit willkommen zurück zu einer neuen folge let's play lego star wars die skywalker saga und ja in der letzten folge haben wir damit geendet dass wir hier in einem endlos wo gewesen sind also es ging nicht wirklich weiter deswegen starten wir direkt hier wieder ich hoffe es funktioniert jetzt besser ok ich hoffe es funktioniert jetzt besser nicht dass wir wieder das problem haben dass hier die endlos fahrt stattfindet ok wow und ja also ja 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 da ja 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 So, noch zwei, hoffentlich klappt das jetzt, beziehungsweise nur noch eine. Oh, verdammt, alter, boah, der ist schnell jetzt, na, hoffentlich sind die Dinger versichert. Okay, noch mehr. Oh, boah. Komm, Teufel, da drüben! Ach. Oh, okay. Okay. Sehr gut, noch einer. Oh, ach ja, sehr gut, ich dachte schon wieder. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, meine Güte. Verstehst du was von dem, was sie da reden? Aber ja, Master Luke, sie haben uns in ihren Stamm aufgenommen. Leia! Hm. Luke, was ist los? Vader ist hier. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Er ist mein Vater. Dein Vater? Ich frage mich. Ich frage mich. Dann schimm.